so da sind wir beim nächsten booster und ich habe nach langer zeit noch mal ein promo pack und zwar ein voll promo pack kamigawa neon dynasty in die finger bekommen gucken wir uns mal an neon dynasty war damals so das krasseste set überhaupt es war so geil die leute haben es so hart gefeiert und das war einfach überall und das ist ja bis heute eines der geilsten sets und ja dementsprechend gucken wir uns mal die promo packs an für die ich zu doof bin sie aufzumachen und okay so sind die hier drin wir haben eine tameshi architektin der realität drama 23 immer wenn ein oder mehr bleibende karten die keine kreaturen sind interessant aus dem spiel auf die hand zurück gegeben werden ziehen wir eine karte diese fähigkeit können einmal pro zug ausgelöst werden für ein weißes und x bringen wir ein land das du kontrollierst auf die hand zurück und bringen alle fakten verzauberung mit meiner kosten x oder weniger zum frieden auf das spiel zurück stark dann haben wir ein enthusiasten mechanautos zwei mana 2 2 fliegen alle fakten kosten einmal weniger zum spielen cool dann haben wir ein uhr schiff rack morast kommt geht habt den spiel des zeit man konsoliert zwei wieder mehr länder tappen füllen blaus und schwarz das war ein cooles pack das war ein cooles pack es war ein wirklicher quickie oh mein gott hier sind noch arena kurz drin das ist gültig bis zum 1. september 2024 ich wollte es nur mal erwähnt haben aber in arena code haben will kann ja sehr cool ich mochte die packs damals aber irgendwie haben wir zu kamigawa fast nicht gespielt wodurch ich fast nicht an solche packs reingekommen bin an diese promo packs und ja ich glaube sie sind heutzutage echt auch ein bisschen rarer gesät weil eben auch sowas wo poseju original printen so weiter hier raus und schon coole teile ich hoffe ihr habt trotzdem spaß wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ablöckseht ciao ciao